Italienische Keramik, Arten und Unterschiede Teil 1 In diesem ersten Teil geht es um die verschiedenen Arten italienischer Keramik. Über Lars Klum Mein Name ist Lars Klum, ich bin Deutscher und lebe seit mehr als 15 Jahren in Italien. Ich komme ursprünglich aus der Produktentwicklung und aus dem Einzelhandel für Bekleidungs- und Textilfirmen des Mittleren, des Gehobenen und des Luxusgenres. Seit mehr als 5 Jahren beschäftige ich mich mit dem Bereich Handwerk und habe es mir zur Aufgabe gemacht, italienische Handwerker zu unterstützen. Dafür schreibe ich auf der Webseite italienischerkeramikonline.net und betreibe einen virtuellen Manufaktur-Laden bei bottegecontemporane.com, in dem gute Waren italienischer Handwerker-Manufakturen aus den Bereichen Wohn- und Modeaccessoires angeboten werden. Schaut doch mal rein! Italienische Keramik, Arten und Unterschiede Italienische Keramik eignet sich wunderbar, um sich daheim eine ein wenig italienische, edle sowie natürliche Atmosphäre zu schaffen und zu genießen. Doch welche Arten und Unterschiede italienischer Keramik gibt es? Eine Orientierungshilfe bietet eine Aufklärung einiger Arten italienischer Keramik, sowie einen Überblick über einige regionale Unterschiede italienischer Keramik. Arten italienischer Keramik Die Arten italienischer Keramik sind hauptsächlich diese. Die italienischen Keramiken, denen man als Italienreisender in Urlaubsorten als erstes begegnet, sind oft die farbig bemalten Gefäße. Diese werden sowohl zum Essen als auch zum Trinken benutzt. Bei diesen handelt es sich meist um die typische Maiolika, auf italienisch Maiolika. Eine typische Maiolika entsteht, indem ein Gegenstand aus unbehandeltem Ton, von englischen Keramikern Biscotto genannt, meist mit einer weißen Glasur überzogen und dann bemalt wird. Im Ofen verschmelzen dann die Glasur und die Farben. Die Farben bekommen erst nach dem Brand ihre Leuchtkraft. Viele Handwerker versehen die Artikel nachträglich mit einer feinen Glasschicht. Diese nennt man Kristalline. Diese sorgt bei dieser Art technischer Keramik sowohl für mehr Glanz und Glätte und schützt die Bemalung. Der Begriff Fayons leidet sich von der Stadt Faenza in der Inggría Romagna ab. Diese stellte Maiolika her. Falkreich gab dieser Maiolika einen eigenen Namen und importierte sie. La Terracotta Als Terracotta, auf Deutsch Terracotta, wird Keramikware aus Ton bezeichnet, die, nachdem sie geformt wird, nur einmal im Ofen gebrannt wird. Durch den Brand wird aus der leicht formbaren Masse ein harter Gegenstand. Die Farben von Terracotta reichen von Beige bis zu bräunigem Rot. Diese art technischer Keramik hat eine poröse Oberfläche und ist nicht wasserdicht. Il Cotto Wer einmal in China war und auf dem beeindruckenden Piazza del Campo stand, erinnert sich vielleicht. Dieser ist mit bräunlichen, roten Cotto-Friesen ausgelegt. Il Cotto ist also eine Art technischer Keramik, die für Bodenbeläge benutzt wird und sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Und dies sowohl für Außen- als auch für Innenbereiche. Il Gress Als Gress, auf Deutsch Steinzeug, wird Ware aus Keramik bezeichnet, die zur selben Klasse wie Porzellan gehört und die beim brennenden Ofen wasserdicht wird. Im Gegensatz zu Majolica braucht Steinzeug also keine zusätzliche Glasur, um wasserdicht zu sein. Außerdem ist Steinzeug härter und fester als Terracotta- oder Majolica-Ware und wird deswegen häufig für Bodenbeläge benutzt. La Porcelana Dem deutschen Wort Porzellan entspricht der italienische Begriff Porcelana und bezeichnet weiße Keramikwaren, bei denen die Thunerde Karolin enthalten muss. Je nach Feinheit und Zusammensetzung kann Porzellan mehr oder weniger transparent und resistent sein. Mit Bonescheiner wird generell Porzellanware bezeichnet, bei der Knochenasche der Porzellanmasse hinzugefügt wird, wodurch sie transparenter, glänzender und fester wird. Wir testen und neuen Produkten. Die Knochenasche der Konzentration Der Angriff für den Angriff für die Knochenasche der Knochenasche der Knochenasche wird, wodurch sie verpasst und legislature wird gesessen. Die Knochenasche der Knochenasche Quadratik und Mitarbeiter, der Knochenasche, dann wird also Vielen Dank.